Hallo liebe Kaira, ich möchte dir heute mal ein Feedback zu dir, deiner Person und deiner Arbeit geben. Denn ich finde, dass du Unglaubliches leistest und dass du mit deiner wundervollen Persönlichkeit einfach großartig bist. Kaira ist ein Mensch, der so feinfühlig und sensibel für das Sein und die Gefühle anderer Menschen ist, dass sie genau weiß, was diese denn brauchen, um in ihre Stärke zu kommen. Sie spürt genau die Emotionen, die verwandelt werden können, sodass der andere noch mehr wachsen kann und einfach stärker zu sich stehen kann, stärker seinen Weg gehen kann. Und diese Fähigkeit haben nun wirklich nicht viele Menschen. Kaira ist, mir fehlen manchmal die Worte, wenn ich sie beschreiben darf, weil Kaira einfach eine Person ist, die, ich bekomme Gänsehaut, wenn sie spricht, wenn sie in ihrer Leidenschaft ist, wenn sie helfen kann, denn Kaira hilft von Herzen gerne und ist mit ihrem ganzen Sein, ihrem ganzen Gefühl, ihren ganzen Fähigkeiten einfach bei einem. Und nimmt einen an der Hand und führt jemanden weiter. Und wenn Kaira präsent ist und mit ihrer Leidenschaft und ihrer Hingabe und all dem arbeitet und Menschen weiter nach vorne bringt, dann ist es wie ein Feuerwerk. Denn sie ist ein Feuerwerk der Gefühle. Und diese Gefühlswelt bringt sie in die Stärke. Sie bringt die Menschen damit in die Stärke. Und wenn sie jetzt beginnt, diese wunderbaren Seminare zu geben, dann wird auch das ein Feuerwerk werden. Das weiß ich. Denn Kaira hat einen unglaublich starken Willen, hat wahnsinnig viel Wissen und kann das alles so verknüpfen, dass es den Menschen zu seinem höchsten Wohl einfach nur noch, noch, noch mehr stärkt, ihn bei seinem Weg unterstützt und ihn in seine wirkliche große Kraft kommen lässt. Und diese Fähigkeit haben nicht viele Menschen. Kaira, ich wünsche dir für deinen ganzen Weg das Allerallerbeste und ich weiß, dass du mit all dem, was du zur Verfügung stellst, unglaublich vielen Menschen helfen wirst. Und dabei wünsche ich auch allen Menschen, die in den Genuss kommen, mit Kaira zu arbeiten, wundervolle Momente, große Feuerwerke und eine unbändige Kraft, die aus der eigenen inneren Mitte, aus den eigenen Emotionen geschöpft wird. Trau dich und geh auf sie zu, denn sie ist großartig.